Hallo lieber Fusseli, das ist ein ganz kurzes Infovideo nur für dich, für Kirby. Mach dir nichts draus, ich will dir einfach nur kurz zeigen, wie das mit dem Bonuslevel hier geht. Ganz entgegen, wie ich es dir zuerst erklärt habe, musst du nicht ganz oben springen drücken, sondern, wie du siehst, sobald das Ding ganz unten ist, wenn du dann springen drückst, umso höher fliegt Kirby. Und wenn du es im richtigen Moment machst, schaffst du es nach ganz oben zum One-Up. Du siehst, ich kriege das jetzt auch nicht gerade so perfekt hin, oder? Na doch, super Abschluss. Also, je weiter das Ding unten ist, drück dann A und dann kommst du zum One-Up. Also, ciao!